Okay, shit, wir gehen rein. Wette ist drinne. Peter, danke dich für elf Monate. Jetzt hol ich mir. Mit meinem ersten FIFA-Pack. Das entscheidet über unsere Zukunft. Batschuaai, guter Mann. Der war damals gut. Ein Beşikta-Spieler. Ist ja auch krass, ne? Ist dann auch wirklich so, wo ich sag, das ist krass, das ist krass, das ist krass. Fox, danke dir für ein Jahr, mein Schatz, mit Prime. Da kommt doch die Cam von rechts. Ja, wie man, äh, Dings. Alessandro Martinez, guter Mann. Ein sehr guter Mann. Ansonsten, gut, letztes FIFA habe ich Dings gezogen. Vor drei Wochen noch ein FIFA 22. Neymar, Totti, aber das kann man ja nicht mitzählen. Totz, nicht Totti, Totz, sorry. Team of the Season. Ah, Workout, oder? Workout, der kommt doch von rechts. Ne. Dybala! Ein Workout ist nämlich da. Es war doch ein Workout. Oh, ich habe die Sternschnuppe nicht gesehen. Warum machst du nicht Messi? Gute Karte, Paulo Dybala. Gute Karte. So, Chat, der erste Workout ist nämlich da. Er kam doch von links. Ich habe den Workout erkannt. Jetzt habe ich es gecheckt. Danke, Chat. Schöne Sache. Workout? Sag ich? Ne. Jetzt habe ich es gecheckt mit der Cam, Chat. Okay, easy, easy, easy. Gute An... Wie findet ihr die Animation dieses Jahr? Skala von 1 bis 10? Ich muss sagen, auf jeden Fall besser wie letztes Jahr. Besser als letztes Jahr? Ich finde die eigentlich nicht verkehrt. Finde ich die so kacke? Echt? Oh! Oh! Hier kracht es. Ich dachte, jetzt ist es da. Dass die so eine Scheiße einbauen. Ich schwöre es dir, Digga. Das ist so gottlos frech. Die hocken da bei EA und denken sich, komm mal, was machen wir? Wir bringen irgendwelche komischen Karten, die keiner braucht. Die machen wir silber, damit alle denken, es ist eine Icon. Was ist die beste Karte, was bis jetzt irgendein Zymer gezogen hat? Tuamini. Du bist es auf jeden Fall nicht. Aber den nehmen wir mit. Das sind immer Coins, Chat. Das darf man nicht vergessen. Mal wenigstens jetzt irgendwas. Ne, was ist denn das? Oh, Sie, Mann. Sieht gar nicht so scheiße aus mit 82 Schuss. Und dann ziehen wir ihn jetzt einfach. Nicht mal eine Lampe. Es ist, es ist, Bruder. Alex Taylor ist aber letztes Jahr der beste LV, der spielt. Ich schwör's euch. Ne, meinte Koulibaly ist krass. Okay, bin ich gespannt. Spanien. Da weiß ich jetzt schon. Wenn Spanien kommt, da weißt du, Bruder, egal was kommt. Selbst wenn es eine Icon ist. Die haben dich gefickt. Nochmal ein Board. Händersen, Back-to-Back. Back-to-Back Board. Schlotti, Karotti. Der ging mal weg für 2300. Oh, ist doch schon... Oh, Schlotti, komm. Merkst du selber. Ist nix, ne? Wir machen noch bis 58.000. Dann haben wir den Hunni weg. Oh. Jack Grealish. Was ist denn das für eine Logik? Was hast du denn davon? Wenn ich ein Eigenziehe, ist doch cool für uns alle. Tony Marshall came from France. English press said he had no chance. 50 million down the train. Is Tony Marshall scored again? Dafür, dass ich im Finale war, kriege ich ein Goldspieler-Pack und ein Premium-Goldspieler-Pack. Das ist ja wieder frech. Ist das gut? Ne, ist das nicht gut, ne? Oh, Verratti. Walkout. Immerhin. Tschüss. Sieht mir wieder auf den Stones aus. Ey, Stones sieht gar nicht so kacke aus, Chad. Sage ich euch ganz ehrlich. Malassia. Und ein Spielerwahl. Gönn. Mbappé. Uhuhu. Da gehen wir natürlich mit Saliba. Ey, der sieht sogar gut aus. Erst ein Totschregen immer. Normal. Äh, Team of... Also, TOTWs. Äh, Walkout. Walkout. Navas. Komm ran. Komm ran, Navas. Komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, Chad. 6000 Points. Wir brauchen zwei Walkouts für die Wette. Seh ich mich. Holding. Malen. Meint ihr? Ich hab wenigstens gehofft, als ich RV gesehen hab, auf Cancelo. Alles gut, Chad. Alles gut. Ey, ey, ey. Rückbleiben, rückbleiben. Vielleicht ja, vielleicht ein Zeichen. Ach, Cancelo ist ja LV, stimmt. Ja, ja. Nevermind. Vielleicht auch mal ein kleines Zeichen. Einen kleinen Portugiesen hier, einen kleinen Portugiesen da. Zwei Brasilianer hier. Zack, bub. Kommt dann gleich mal ein schöner Dings um die Ecke. Anthony. Windows-Sharper. Peter, Tschech. Schick. Schick, schick. 85er. Nehmen wir mit. Ist nix. Wie gerne ich jetzt einfach ein Icon ziehen würde, Chad. Bam. Bortspieler. Ach man. Moriel. Zapata. Sag ich doch. Frontway, Backway. Okay. Walk out. Walk out. Oh. Hä? Laporte. Oh. Oh. Ich dachte, der Rea kommt jetzt wenigstens. Mach Musik. Wir brauchen kurz die Ruhe vor dem Sturm-Chat. Ich glaube, hier bahnt sich was an. Hier bahnt sich was an. Ich spür so'n. Ich seh gleich irgendwie. Oh, Frank Ribéry. Oh, Frank Ribéry. Also, wir haben jetzt. Wir haben jetzt 200 Euro verzogen, Chad. Boah, ist das Geisteskrank. Oh. Bitte. Bitte. Oh, du Nutten-Sau. Rumtiers. Oh. Ich dachte, jetzt kommt Krisch. I hate Jerusalem. Oh, Mann. Oh. Dumme Sau. Eine Lösung schon für Wald. Das ist mir sonst zu viel. Kloster, Mann. Schön. Schön. Oh, mal ein bisschen Coins jetzt hier mal machen. Okay. Nochmal. Alle meine Subscriber. Bitte. Medi-Delict. Ich brauche das Licht, ihr Lendils. Ich brauche das Licht jetzt, damit wir hier jetzt mal was Dickes ziehen. Ich brauche den Scheiß jetzt. Auf. Auf den Beat Drop. Auf den Beat Drop kommt mir wieder so ein langsamer Sch-Lukatelli in die Arme gerannt. Ja, ich nehme jetzt die nächsten Picks erstmal mit für Spieler, ja. Aber eigentlich will ich die... Walker. Walker. Trent Alexander-Arnold. Der overratedste Noten-Verteidiger der Welt. Sag ich. Aber 87er nehme ich mit. Walker wäre auch gar kein Walker gewesen. Päggis. Die nächsten zwei, drei Packs sind's. Icon! Ach, nee. Inform. Oh. Ach, Digga. Dad, can you buy... Ich habe nur das Open gesehen. Ich habe nur das Silver Open gesehen. Och, Mann. Oh. Wow. 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 Ich habe nur das. 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 Ich habe nur das.